Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, so wie, wie, weißt du doch. Ja, Mann. Genauso, Bruder. Gib den. Raus, 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 raus. Ja, genau so. Komm, wir haben eine Frage. Ja, herrisch. Hey, hörynth cose. 2. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 10. 10. 10. 11. 10. 11. 11. 16. 16. Ich möchte Sie hilfst bitten, weder Videos noch Fotos zu machen. Von dem Herrn Franke. Er persönlich? Ja. Weil er hatte vorhin angekündigt, dass der Verband das gesagt hat. Er hat mich gerade gebeten, dass ich Ihnen das sage. Ich weiß nicht, vor wem er es hat. Er kann natürlich jetzt nicht auf dem Ring aufstehen. Ja, nee, das ist logisch. Aber ich habe Erich Dreheke gefragt. Der NRW und der Nordrhein-Westfalen-Verband hat keinen Ausspruch gemacht, dass hier ich persönlich nicht filmen darf oder fotografieren darf. Das sollte schriftlich erfolgen, was ja auch der Boxring Hilden gemacht hat mit dem Hallenverbot. Es wundert mich. Ich meine, ich werde das einstellen. Und es wundert mich, dass das so inoffiziell gemacht wird. Dazu kann ich Ihnen relativ wenig sagen. Das kommt aber alles bei YouTube mit rein. Unterlassen Sie es. Und noch mal eine andere Frage. Ich filme nicht in meinem Namen, sondern im Namen... Moment, das ist eine persönliche Sache gewesen. Ich habe den Trainer von Boxring Essen gefragt, ob ich seinen Mann für ihn filmen soll. Hat er ja gesagt. Vorredessen, ich filme für den Boxring Essen. Ist da auch ein Verbot erteilt worden? Das kann ich Ihnen relativ wenig sagen. Das ist ja das Interessante dabei. Aber der Kampf ist... Letzesse von Boxring Essen, ich empfehle mich. Das ist ja das. Und ich finde, ich habe ihn relativ viel zu tun, aber ich finde, ich habe ihn relativ viel zu viel. Ich habe ihn relativ viel zu viel vor. Ich bin relativ viel zu viel. Ich bin relativamentellahend in der Woche. Und ich bin relativ viel zu viel vor, dass ich da bin. Vielen Dank. Vielen Dank.